Um was? Um operiert zu einer Frau von Mann zu Frau! Ja bitte? Ja Chef, Sie haben gerufen? Ja, und zwar liegt gegen Sie eine Beschwerde vor. Gegen mich? Warum? Was machen Sachen? Sie sollen das Gerücht verbreiten, dass Ihr Kollege gar kein Mann ist. Ich gesagt? Wallah, stimmt nicht. Wallah, das stimmt? Wir haben schon drei Kollegen gesagt, du hättest gesagt, der ist umoperiert worden zu einer Frau. Um was? Umoperiert zu einer Frau von Mann zu Frau. Ach so, ja stimmt. Hast du selber zu mir gesagt? Also das kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass Herr Islek so etwas gesagt hat. Wallah, ich würde Kanzel Mehmet vom Lager fragen. Der hat selber zu mir gesagt. Wallah, Frau Faro, wann soll ich das denn gesagt haben? In der Teamgarage? In der Teamgarage? Da war der letzte Parkplatz. Er wollte fahren, aber ich war schneller. Und der fängt dann, ne? Mimimi, 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 mimimi. Ich sag, ey, wann nicht wie eine Frau, wie ein Pussy? Und da hat er gesagt. Das stimmt, das hat er gesagt. Aber wann soll ich denn da gesagt haben? Wer denn lügt? Wann soll ich denn gesagt haben? Doch, du hast gesagt, ich war eine Sie. Ich hab gesagt, ich war eine Sie. Siehst du, hörst du? Er war eine Sie. Warst du eine Frau? Mann, 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 diese Leute. Wallah, ich? Irgendjemand muss den Text sagen, sonst... Du gehst da nicht mit. Ja, ich... Aber Frau Faro, wann soll ich das denn gesagt haben? Der lügt wie gebückt. Das... Nee, was? Du hast doch gar nicht gesagt. Ach so, ja, stimmt. Aber hast du doch selber was zu mir gesagt? Also, das kann ich mir nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Herr Islek zu ihm so etwas gesagt haben soll. Wollt's, Frau Faro, der hat das letzte Woche gesagt. Nee, das sag ich und ich sag... Okay, dann lass uns noch mal stoppen. Stopp! Komm so her. Hast du Video schon geliked? Eddy, sei mal ein bisschen freundlicher zu den Leuten. Wir wollen die Menschen doch für uns gewinnen. Also, Video schon geliked? Wenn nicht, schnell nachholen. Und mit allen Freunden teilen, die du magst. Richtig. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann teile es mit allen Leuten, die du nicht magst. Und abonnier unseren Kanal. Richtig. Richtig. Richtig.